Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet, wenn dein Business nicht läuft, finde den Engpass bei dir selbst. Wir suchen oftmals an den falschen Stellen. Wenn unser Unternehmen nicht wächst, wenn unser Business nicht läuft, wenn wir unzufrieden sind mit den Umsatzzahlen, dann fangen wir an, unsere Angebote, unsere Produkte zu verändern. Wir geben dem ein anderes Aussehen, benennen es vielleicht anders, geben einen anderen Preis, andere Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung dazu, noch ein Freebie hinterher oder denken uns, digitales Geschäftsmodell funktioniert vielleicht nicht, vielleicht mache ich dann doch ein analoges Geschäftsmodell oder vielleicht gleich beides. Warum soll ich nur ein Produkt anbieten, wenn ich auch zehn Produkte anbieten kann und so weiter und so fort. Manche verändern die Marke und manche verändern die komplette Unternehmensstrategie, das komplette Geschäftsmodell und all das bringt aber nichts, das Business läuft immer noch nicht und irgendwann stellt sich so ein Frust ein. Und wir wollen heute mit dieser Podcast-Folge diesem Frust entgegenwirken und an einer völlig neuen Stelle suchen, die so unfassbar nah ist, nämlich bei uns selbst. Ich habe dir sieben Faktoren heute mitgebracht, an denen wir mal nachschauen können, sieben Engpässe, an denen du mal nachschauen kannst. Was dein Unternehmen wirklich erfolgreich machen kann. Sei gespannt und wir machen eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Vielleicht kennst du das auch. Es ist manchmal so die Suche nach deren Stecknadel im Heuhaufen. Dein Business funktioniert nicht so wirklich. Vielleicht hat schon mal einer gekauft. Vielleicht gibt es auch erste Interessenten, aber irgendwie kommt da nichts nach. Die rufen dich nochmal an. Die reagieren nicht auf deine Angebote. All diese Sachen, die uns immer wieder beschäftigen und uns dann die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Der beste Tipp, den ich geben kann, einfach nachfragen. Einfach nachfragen und sagen, hey, ich habe dir ein Angebot geschickt. Warum reagierst du auf dieses Angebot nicht? Gab es ein anderes Angebot? War der Preis zu hoch? Hat dir eine Leistung gefehlt? Die Kommunikation ist total wichtig. Und ich habe dir heute mal sieben, eigentlich sind es acht, sieben Engpässe mitgebracht, die dich selbst betreffen, weil das ist im Grunde der Ort, an dem du als erstes suchen musst. Du musst erst bei dir suchen und erst dann in dein Unternehmen schauen und sagen, okay, bei mir ist alles okay. Was ist jetzt in meinem Unternehmen vielleicht noch nicht okay? Aber wir suchen in der Regel nicht so sehr bei uns, sondern wir gucken erst so nach außen, weil das irgendwie so gewohnt ist, die Perspektive, also die Ich-Perspektive. Ich schaue aus mir heraus in die Welt und versuche dort das Problem zu finden und zu lösen. Ich möchte dich einladen, heute mal so in dich selbst hineinzuschauen. Und vielleicht ist der ein oder andere Engpass heute da, den ich jetzt gleich anspreche, der dich vielleicht so ein bisschen triggert oder inspiriert, da mal genauer hinzuschauen. Und vielleicht verändert sich dann was in deinem Business, ohne dass du das, was du schon aufgebaut hast, ständig verändern musst. Der erste Engpass ist die Motivation. Bist du immer noch so motiviert, dass du Bäume ausreißen könntest? Oder gibt es irgendwas, was dich blockiert? Gibt es irgendeinen Glaubenssatz in dir, der dich zurückhält, der diese Motivation irgendwie gerade nicht entstehen lässt? Der dich vielleicht auch ein bisschen frustriert, wo du sagst, als ich das gegründet habe, als ich die Idee hatte, ich war total motiviert. Und dann habe ich Rückschlag, 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 Rückschlag. Und ich frage mich, wie viele Rückschläge muss ich eigentlich noch aushalten? Dann fehlt es dir vielleicht an der richtigen Motivation. Dann brauchst du jemanden, der dir vielleicht hilft, wieder in die Motivation zu kommen. Vielleicht bist du gerade allein in deinem Startup unterwegs und brauchst einen Co-Founder oder eine Co-Founderin. So, dass ihr euch gegenseitig motivieren könnt. Also schau einfach mal nach, warum deine Motivation vielleicht gerade im Moment getrübt, gebremst oder irgendwie gemindert ist und dir so der Antrieb fehlt, in deinem Unternehmen wieder völlig aufzugehen. Und zugegebenermaßen habe ich das auch. Wenn ich jetzt an das Thema Podcast, weil ich jetzt einen aufnehme für euch, denke, dann ist es nicht immer der Tag, an dem ich einen Podcast aufnehmen möchte. Bin ich nicht immer so wahnsinnig motiviert. Am Ende ist es dann, es gibt ein schönes Zitat von einem Autor, ich weiß leider nicht von wem das ist. Der hat gesagt, es ist nie schön, ein Buch zu schreiben, aber es ist schön, ein Buch geschrieben zu haben. Und so ähnlich ist das mit einem Podcast. Es gibt einfach manchmal Tage, da ist es nicht schön, einen Podcast aufzunehmen, sondern aufgenommen zu haben. Und das ist einfach völlig normal. Der Zustand sollte allerdings nicht dauerhaft bleiben. Wenn die letzten 500 Podcast-Folgen irgendwie eher so eine Qual war, dann würde ich da genau hinschauen, dann ist da ein Motivationsproblem. Okay, zweiter Punkt, Engpass, Zielsetzung. Wie sieht es denn aus mit deinen Zielen? Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht, unverschämte Ziele setzen. Hast du dein Ziel vielleicht schon erreicht? Also wenn man Olympioniken, der nimmt da teil, der gewinnt Gold, was will der danach gewinnen? Vielleicht ist das Ziel zu niedrig gewesen, sodass du es zu schnell erreicht hast und du einfach nicht mehr weißt, okay, wie kann ich da jetzt noch einen draufsetzen? Oder vielleicht war das Ziel auch zu weit weg. Vielleicht war das Ziel eher eine Vision und die Zwischenschritte haben gefehlt, sodass du auch Erfolgserlebnisse hast. Also gewisse Meilensteine, die du absolvierst und sagst, hey, cool, habe ich geschafft. Nächsten, bam, habe ich geschafft. Nächsten. Und das bringt dich deiner Vision näher, sodass du mehr und mehr begreifst, dass der Weg deines Big Pictures, dieses Megaziel, was du am Horizont hast, dass der Weg im Grunde gegangen werden darf und gar nicht so sehr diese Erreichung das Wichtige ist. Dritter Einpass. Entscheidungskompetenz, aber auch Entscheidungsfreude. Ich weiß, dass das total anstrengend ist. Ein Tag, zum Beispiel wenn so ein Tag bei mir vorbei ist, dann habe ich unzählige Entscheidungen getroffen und dann kommt vielleicht noch die Entscheidung von der Anna, wenn die mit mir spielen möchte. Was wollen wir denn jetzt spielen? Da muss ich wieder eine Entscheidung treffen. Oder was willst du denn zum Abendessen, wenn das die Katie fragt? So, und da habe ich keine Idee. Selbst wenn ich mir selber die Frage stelle, was ich zum Abendessen essen möchte, dann habe ich da keine Idee mehr. Dann bin ich irgendwann dann auch durch mit den Entscheidungen. Aber Entscheidungskompetenz heißt auch die Fähigkeit zu haben, Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungsfreude kommt noch dazu und die Bedingung dafür, dass ich in der Lage bin und auch bereit bin, Fehlentscheidungen zu treffen. Dass ich einfach sage, okay, keine Entscheidung zu treffen ist der größte Fehler, den ich machen kann. Dann treffe ich lieber eine falsche Entscheidung. Weil dann habe ich eine Bewegung drin. Dann habe ich eine Vorwärtsbewegung. Wenn ich eine falsche Entscheidung treffe oder Fehlentscheidung treffe, dann kann ich daraus lernen. Dann kann ich daraus Rückschlüsse ziehen. Keine Entscheidung zu treffen, es liegen zu lassen, es beiseite zu schieben, ist eine ganz schlechte Entscheidung. Ist auch eine Entscheidung, aber eine ganz schlechte. Vierter Engpass. Inspiration. Wen inspirierst du und wer inspiriert dich? Also diese beiden Perspektiven einfach mal so auf dich wirken lassen. Was sind deine Inspirationsquellen? Wer inspiriert dich? Also wo kommt noch was zurück? Inspiration finde ich total wichtig und entsteht niemals im operativen Modus. Wenn du glaubst, du hast irgendwie eine geile Idee oder eine coole Inspiration, indem du dein operatives Daily Business machst, wirst du feststellen, das wird nie der Fall sein. Du wirst die geilsten Ideen haben an irgendwelchen Stränden, im Urlaub, beim Sport, mit Freunden, unterwegs, in Gesprächen, die du vorher nicht geführt hast oder Menschen, die du getroffen hast, die du vorher nicht getroffen hast. Das sind alles Inspirationsquellen. Kann sein, muss aber nicht. Museumsbesuch, eine Ausstellung besuchen, eine Vernissage, ein Bild malen, whatever. Finde deine Inspirationsquelle und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele denken, wenn ich meine Inspirationsquelle suche, gefunden habe und dieser Inspirationsquelle nachgehen, zum Beispiel ein Gemälde malen. Was hat das mit meinem Business zu tun? Das lenkt mich doch nur ab. Ich habe doch was zu tun. Ich muss doch wieder zurück in mein operatives Hamsterrad. Nee, musst du nicht. Du bist ja Unternehmer, Unternehmerin. Du willst ein Unternehmen aufbauen, was erfolgreich ist. Du willst, dass das Unternehmen wächst. Also darfst du nicht am Unternehmen die ganze Zeit, im Unternehmen, sorry, das ist wichtig, nicht im Unternehmen die ganze Zeit arbeiten, sondern musst ein Bild malen. Oder mach was anderes, geh wandern oder mit dem Hund Gassi oder so, längere Strecken, nicht nur kurz vor die Tür. Okay, also Inspiration ist total wichtig und umgib dich in deinem Umfeld auch mit Menschen, die dich inspirieren, wo du einfach sagst, wow, tolle Lebensgeschichte. Das können Leute sein, die mit dir auf Augenhöhe sind oder die dir vielleicht auch so ein bisschen anhimmelst, deine Heroes, die dich inspirieren, weil sie einfach das geschafft haben, wo du auch hin möchtest. Also sogenannte Vorbilder. Also und die sind wichtig. Ich finde das wichtig, sich einfach auch so ein bisschen zu orientieren, nicht nachzuahmen, also nicht so 100% sein zu wollen wie der oder die, die du da jetzt gerade im Kopf hast, sondern einfach tolle Leute. Das können Schriftsteller sein, Buchautoren. Dir fallen noch tausend andere Sachen mehr ein. Also Inspiration super, super wichtig. Du brauchst Ideen. Ich muss da jetzt nochmal ganz kurz drauf rumreiten. Egal wie die Zeit jetzt für diesen Podcast jetzt gelaufen ist. Du brauchst einfach Ideen für dein Unternehmen. Du brauchst andere Impulse für dein Unternehmen. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass du inspiriert sein musst, aber auch selbst inspirieren musst, deine Mitarbeiter beispielsweise. Ja, ist total wichtig. So, fünfter Engpass. Meditation. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, naja, Meditation ist jetzt nicht so meins. Aber probier's mal aus. Mit Meditation können wir gerne auch metaphorisch nehmen, indem wir eine Pause machen, indem wir einen Break machen, indem wir einfach mal nichts zu tun haben. Ist sehr eng verknüpft mit Inspiration, weil ich muss einen Break machen von meiner Arbeit, um inspiriert zu werden oder zu inspirieren. Aber ich meine eine ganz bewusste Pause. Ich merke das bei mir. Manchmal sitze ich am Rechner und dann hustle ich da durch. Ich bin voll im Tunnel und nach fünf Stunden komme ich wieder so zu mir und denke mir, oh wow, Körper fühlt sich irgendwie gerade gar nicht gut an. Was ist mit den Pausen? Pausen vergessen. Seitdem stelle ich mir auf meiner Uhr immer so Timer und arbeite in so Zeitslots. Also immer so 45 Minuten, wenn ich so in diesem Hustle-Modus sein muss. Also Pressemitteilung schreiben oder irgendwelche Dinge lesen, Recherchen machen oder so. 45 Minuten, dann Break machen. Rausgehen, Kaffee trinken, in die Sonne setzen oder meditieren oder vielleicht kurz in einem Buch lesen, irgendwas anderes machen. Irgendwie einen Break, einfach dem Körper auch mal eine Pause gönnen. Total wichtig. Aber ein heißer Tipp, probiere mal Meditation. Gibt es tolle Apps auf dem Handy, um das zu trainieren, wenn du das noch nicht machst. Wenn du es schon machst, baue es einfach mit ein in deinen Tagesablauf, dass du immer mal wieder so meditative Fenster hast. Punkt sechs, Engpass, Perspektivwechsel. Mach es dir zum Hobby, die Perspektiven anderer einzunehmen. Einfach als Training. Wie sieht das aus? Du gehst einkaufen und überlegst dir, wie fühlt sich gerade der Kassierer oder die Kassiererin, die gerade deine ganzen Produkte, die du mühsam in deinen Korb reingeworfen hast, die du dann wieder aufs Band gelegt hast, mühsam über den Scanner zieht. Wie fühlt diese Person sich gerade? Beobachtet das? Hat die ein Lächeln im Gesicht? Oder guckt er ganz ernst? Könnten da vielleicht Beziehungsprobleme gerade irgendwie letzte Nacht geklärt worden sein? Oder war gerade der schönste Sommerurlaub zu Ende gegangen und die Person sitzt jetzt wieder an der Kasse? Ist sie happy? Also all diese Dinge, versuch einfach mal diesen Perspektivwechsel einzunehmen und trainiere dich darauf. Wenn du dann vorm Einkaufen in die Waschanlage fährst oder dein Auto in die Werkstatt bringst oder deine Kinder von der Schule abholst oder was auch immer, du begegnest den ganzen Tag irgendwelche Menschen. Und normal ist wahrscheinlich eher kein bewusster Umgang mit diesen Menschen, sondern du sagst, hey, danke für die Brötchen, können Sie mir bitte das Geld wechseln? Du bist die ganze Zeit so im Fokus auf das, was du gerade vorhast. Perspektivwechsel heißt, wie geht es dem anderen? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Versetz dich in die Lage des anderen und dann gehen dein Unternehmen und versetz dich in die Lage deiner Mitarbeiter. Sind die happy mit dir? Bist du voll auf dem Motivationslevel? Inspirierst du? Sind die wirklich happy mit dir? Haben die genug Pausen? Achtest du darauf, dass diese wichtige Ressource in deinem Unternehmen, die wertvollste Ressource in deinem Unternehmen auch geschützt ist? Haben die Mitarbeiter einfach auch einen geschützten Raum für Kreativität, Ideen? Gibst du denen mal eine Woche frei und sagst, hey, in dieser Woche kann mal jeder das arbeiten für das Unternehmen schon, aber jeder das arbeiten, was er will. Why not? Also lauter Ideen, Perspektiven zu wechseln ist total wichtig, weil dann entwickeln wir zum Beispiel, wenn wir wieder in unser Business gehen, unsere Kooperationen, Partnerschaften, Multiplikatoren, die uns weiterhelfen können, unser Business voranzutreiben oder auch unsere Produkte einfach auf eine ganz andere Art und Weise, weil wir ja trainiert haben, die Perspektive zu wechseln. Du kannst gar nichts Besseres machen, als das Produkt aus Sicht des Kunden weiterzuentwickeln. Wenn du aber in diesem Hustle-Modus bist, demotiviert bist, keine wirklichen Ziele verfolgst, nicht inspiriert bist und keine Pause machst, welche Perspektive bleibt dir dann als die, die du hast in einer demotivierten Haltung und mit einem krummen Rücken? Okay, also Perspektivwechsel unbedingt trainieren. Siebter Engpass, Veränderungen. Ich bringe mir mein Lieblingsbeispiel. Superman. Ich liebe diese Marvel-Filme. Und Superman ist natürlich einer der wichtigsten Filme dort. Und das, was der Superman dort macht, der Klassiker, irgendwo geht eine Sirene an oder der sieht irgendwie im Fernsehen, da ist irgendwann einer in Gefahr und jetzt muss er ganz schnell los, rennt er um die Hausecke, reißt sie das Hemd vom Leib und das, was übrig ist, ist sein Kostüm. Er gibt alles auf. Er schmeißt sein Hemd weg, er reißt seine Krawatte ab, er setzt seine Brille ab und auf einmal ist er in seinem Anzug mit seinen roten Schuhen und seinem Kip und fliegt zu der Dame oder den Herren, der da gerade Hilfe braucht. Was macht er die ganze Zeit? Der macht einen krassen Change. Der geht nicht her und sagt, die Schuhe haben echt viel Geld, kostet so 4.000 Dollar, so ganz luxuriöse Schuhe und die Krawatte ist von Louis Lane. Hey, die habe ich total gern. Die Frau liebe ich. Ich kann doch nicht die Krawatte wegschmeißen, die ich geschenkt bekommen habe. Das geht doch nicht. Und ohne diese Brille, da bin ich nichts. Ich brauche diese Brille. Wir halten uns also die ganze Zeit an irgendwelchen Dingen fest, an vor allen alten Dingen. Und alte Dinge machen uns schwach. Jetzt stell dir mal vor, der Superman fängt an, die Krawatte dran zu lassen und fliegt damit durch die Walachei und trifft da irgendwie so einen Bösewicht und der Bösewicht sagt, hey, du bist doch nicht Superman. Hey, du hast eine Krawatte um. Wie sieht denn das bitte aus? Ein ganz schlechtes Image. Oder die Schuhe. Mit den Schuhen könnte der überhaupt nicht fliegen, weil wenn du richtig schnell fliegst als Superman, brauchst du einen Spezialanzug, weil dir sonst die Klamotten vom Leib fliegen. Also mit den Schuhen wäre das total unbrauchbar. Also braucht der seinen Anzug, seine roten Schuhe zu dem Anzug. Und das ist das, was ich dir jetzt in diesem Bild einfach mitgeben möchte, dass die Veränderungen viel damit zu tun haben, wie sehr bist du wirklich bereit für diese Veränderungen oder hältst du dich noch an irgendwelchen Kleinigkeiten fest, die dich davon abhalten, Superman oder Superwoman zu werden, zu sein. Also Change bedeutet, du musst wirklich krasse Veränderungen auch zulassen können. Und jetzt überleg dir einfach mal, so im Schnelldurchlauf, während du diese Podcast-Folge hörst, was sind so Dinge, an denen du so wahnsinnig gern festhältst? Sind das irgendwelche Tools, die du richtig cool kannst, wo du aber eigentlich so ein bisschen das Bauchgefühl hast und sagst, eigentlich müsste ich mir mal was Neues anschauen, weil das hilft mir nicht mehr so ganz in meinen Prozessen. Oder ein Prozess, der immer wieder auftaucht, den du immer wieder machen musst, wo du dir sagst, mein Gott, gibt es da nicht eine Automatisierung? Jetzt ist nur die Frage, bist du bereit für den Change? Bist du bereit für den Schritt, das zu verändern? Oder stellst du immer nur fest? Stellst du fest, oh krass, jetzt habe ich diesen Satz, den ich jetzt gerade schreibe am Computer, schon tausendmal geschrieben. Ganz simpel, ganz simples Beispiel. Viele Grüße, Norman. Oder beste Grüße. Oder manchmal schreibe ich auch, dein Fan, Norman. Wie oft muss ich das denn in die Tastatur hacken, bevor ich auf die Idee komme, Tastenkürzel dafür einzusetzen? Ja, gibt es am Mac eine wunderbare Funktion, drücke ich zwei Tasten, ist dieser Satz geschrieben. Du denkst dir, das ist total banal, ja, aber arbeite mal so deinen Tagesablauf durch, welche Prozesse sich ständig wiederholen und du einfach nicht veränderst. Ja, ich habe zum Beispiel immer so die Post bekommen, kennst du? Ja, da kommt so ein Postbote, da drückt dir dann irgendwelche Briefe in die Hand und du musst die dann aufmachen, musst du lesen, musst du scannen, musst du irgendwo hinschicken. Und da gibt es einen coolen Service, den ich jetzt gerade vergessen habe. Nee, Kaja heißt ja C-A-Y-A. Kaja, guckt euch das mal an. Da schickst du deine Post hin, also machst du einen Umzugsservice quasi, als würdest du umziehen. Ja, deine Post zieht quasi um und die bauen in ihrem Rechenzentrum deine Briefe auseinander, scannen die und schicken die alles digital. So, du kriegst deine Post, die analog war vor kurzem noch, ab sofort digital. Vorteil, du hast einen kompletten Scan, der kann sofort in die Buchhaltung, der kann sofort zum Steuerberater, der kann sofort weitergeleitet werden. Ja, kein Gang zum Briefkasten, kein Papier, was du öffnen musst und auch kein Scan-Vorgang mehr, weil es ist ja schon digital. So, das heißt, wie oft bekommst du Post und warum hast du noch nicht darüber nachgedacht, deine Post zu digitalisieren? Frage. Und dich darauf aufmerksam zu machen, jetzt, das soll so meine Aufgabe sein, damit du schaust, wie deine Engpässe eigentlich sich über die Zeit eher einschleichen. Das ist ja nicht so ein Ding, was irgendwie morgen passiert. Du kriegst morgen das erste Mal Post und dein Briefkasten. Du denkst dir, hey, wie krass, wie oldschool ist das denn, das muss ich digitalisieren. So funktioniert das ja nicht. Sondern du kriegst schon immer Post. Du hast darüber noch nie nachgedacht, das zu digitalisieren. Dir ist der Service noch nie begegnet. Du hast diese Inspiration noch nicht, weil du dich damit nicht beschäftigt hast. Du hast es gar nicht wahrgenommen. Du öffnest jeden Tag Briefumschläge. So. Und das lässt dich wunderbar übertragen, äh, übertragen, sorry, auch auf andere Bereiche deines aktiven Handelns. Ja, also nimm das mal ganz bewusst wahr. Bist du wirklich bereit für Veränderungen? Und schreib mir mal eine Nachricht, ob du deine Post digitalisiert hast. Nachdem du diesen Podcast gehört hast. Oder ob du immer noch zum Briefkasten läufst. Und dir das vielleicht als Nostalgie verkaufst. Das nächste Thema. Siebter Engpass, ähm, sorry, siebter Engpass hatten wir schon. Äh, Bonus Engpass, äh, Nummer 8. Bonus Engpass Nummer 8 ist Prioritäten setzen. Das ist wirklich ein ganz krasser Move. Prioritäten setzen heißt, zugegeben, wir haben alle krasse To-Do-Listen, Aufgabenlisten, die von hier bis zum Mond und wieder zurückgehen. Und, äh, manchmal haben wir so Tage, ich hab so Tage, ja, da denke ich mir, also, gibt es da irgendwie jemanden, der diese Listen noch mitfüllt, oder bin ich das alleine, ja? So, das heißt, unsere Aufgabe ist es, Prioritäten zu setzen und immer wieder zu hinterfragen, bringt mich die Aufgabe oder die neue Projektanfrage, oder in unserem Fall, fragen wir uns zum Beispiel viele Startups an, ja, bringt uns dieses Startup einen Schritt weiter. Also, wenn jetzt einer bei uns anrufen würde und sagen würde, du, pass auf, ich hab eine neue Brotmischung, ähm, äh, entwickelt und ich würd das gern, äh, mit euch bauen, das Unternehmen mit euch bauen, äh, ihr macht das ja, 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 dann würd ich ablehnen. Warum? Weil es mit Technologie nichts zu tun hat, es sei denn, mir würde irgendwas einfallen, wie man das technologisch, ähm, backen könnte, das Brot. Hab ich noch keine Idee. Vielleicht habt ihr eine Idee. So, das bedeutet, was will ich dir jetzt mit diesem Beispiel sagen? Ich entscheide ganz bewusst, mit wem ich arbeite, welche Projekte ich verfolge, welche Kooperationen ich eingehe und ich priorisiere das Ganze, nämlich ich sage, okay, was bringt es meinem Big Picture, was bringt mich diese Kooperation, diese Zusammenarbeit oder auch dieser Kunde, ja, das gehört ja dazu, bringt mich das meinem Big Picture näher? Also kann ich damit Genius Alliance weiter ausbauen? Ja, kann ich weiteren, mehr Startups damit helfen? Das ist die zentrale Frage und daran orientiere ich das und danach wäge ich ab und sage auch ab. Ich trainiere mir dann auch ein Nein an und sage, nein, das mache ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht meine Priorität. Ich lege mir das dann auf Wiedervorlage, ja, oder sage generell ab, wenn es für mich gar nicht passt. Aber diese Priorisierung ist total wichtig und das im Großen wie im Kleinen. Nimm mal ein Projekt, komplexes Projekt, ein komplexes Projekt, um ein Projekt einer richtig großen oder ein richtig großes Projekt abzubilden, clusterst du das Projekt. Und diese Cluster musst du priorisieren. Das nützt ja nichts, wenn du sagst, okay, das ganz große Ding, das kann ich jetzt noch gar nicht fassen. Keine Ahnung, wo mich das große Projekt hinführt. Ich muss erst mal clustern. Ich muss erst mal kleine Bausteine draus machen. Und dann fängst du an, diese kleinen Bausteine zu priorisieren und zu sagen, okay, welche muss ich jetzt machen, damit ich den nächsten machen kann. Ich muss also vorausschauend denken, ich muss die Perspektive meines Kunden, meines Partners, also meines Kooperationspartners einnehmen, um diese Prioritäten setzen zu können. Ich muss, und jetzt merkt ihr, dass alles zusammenkommt, ich muss totale Motivation haben, trotz dieser Komplexität im Projekt oder dieser vielen unzähligen Aufgaben, trotzdem noch den Fokus zu behalten und Spaß bei der Sache zu haben, das Ziel im Blick haben, wo will ich eigentlich mit diesem Projekt hin, wo will ich mit meinem Unternehmen hin, wo will ich in meiner Vision hin. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss mich nämlich gegen Aufgaben entscheiden, die jetzt nicht dran sind, weil sie nicht dringend sind und weil sie nicht wichtig sind. Und ich muss mich inspirieren lassen. Ich muss mich inspirieren lassen vom Projekt selbst, vom Unternehmen, von meinen Kunden, von meiner Aufgabe. Aber ich muss mich von der Natur inspirieren lassen, damit ich die richtigen Entscheidungen treffe, nämlich die richtigen Prioritäten setze. Wenn du nicht die richtigen Prioritäten setzt, dann ist dein Projekt gefährdet. Und dann stellen sich Störungen in deinem Projekt ein. Und das ist das, was du letztendlich wahrnimmst als fehlendes Wachstum oder die Aussage am Ende, Mist, mein Business läuft nicht. Also Hausaufgabe für dich, für euch, jetzt die ihr hier bis jetzt hier durchgehalten habt. Hausaufgabe reflektiert einfach mal acht Wochen lang, jeden Freitag, diese acht Engpässe, die ganz viel mit euch selbst zu tun haben und nicht mit eurem coolen Produkt. Euer Produkt ist cool, eure Company ist cool, eure Brand ist cool und dahinter macht ihr jetzt gedanklich imaginären Haken dahinter und sagt, das Ding steht und das verändere ich nicht. Und ich gehe jetzt in den nächsten acht Wochen einfach mal in mich und gehe mal diese acht Punkte durch und schaue, in welchen Engpässen ich tatsächlich einen Bedarf erkennen kann. Kann ein Engpass sein, können auch alle acht sein. Aber in jedem Fall reflektiere das jeden Freitag in einem Tagebuch. Gehe einfach diese acht Begriffe roundabout, also acht Begriffe. Gehe die einfach durch, schreib in dein Tagebuch rein, was hast du erfahren, wo siehst du möglichen Engpass und reflektiere einfach nur jede Woche acht Wochen lang. Und wenn du das gemacht hast, meldest du dich in acht Wochen bei mir und sagst mir, was das Ergebnis war. Good morning, His vorbeizenden Höchst對對